Hallo, ich sitze hier gerade im Wiesbadener warmen Damm mit Blick auf das eindrucksvolle hessische Staatstheater. Ich besuche heute das IBT in der Bahnhofstraße 36 und lade dich ein, mich zu begleiten. Das IBT ist eine Erziehungsberatungsstelle und die Abkürzung steht für Institut für Beratung und Therapie von Familien und Jugendlichen. Let's go! Die eigene Familie. Für viele ist sie das Wichtigste im Leben und doch oder gerade deshalb können Probleme in der Familie sehr, sehr stressig und belastend sein. Für Eltern, Kinder und alle Beteiligten. Als Eltern trägt man eine große Verantwortung. Und wenn Eltern belastet sind, dann belastet das oft die ganze Familie. Dann ist es wichtig, dass es unkomplizierte und kostenlose Unterstützung gibt. Und das gilt auch für Jugendliche. Die stehen manchmal ja auch unter einem großen Druck. In der Schule soll alles funktionieren, während es im Freundeskreis oder mit den Eltern vielleicht Ärger gibt. Das Leben erscheint dann vielleicht nur noch kompliziert. Und da kann das IBT helfen. Eltern und Jugendliche werden dort beraten und bekommen Informationen, egal worum es geht. Eltern können sich zum Beispiel an das IBT wenden, wenn sie sich Sorgen um ihr Kind machen oder wenn sie sich trennen wollen und nach einer guten Lösung für die gemeinsamen Kinder suchen. Übrigens können auch Menschen, die beruflich mit Kindern zu tun haben und Fragen zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung haben, sich an das IBT wenden und über mögliche nächste Schritte sprechen. Die BeraterInnen unterliegen der Schweigepflicht und gehen sensibel mit deinem Anliegen um. Sie kennen sich gut aus und können auch dabei unterstützen, andere passende Hilfsangebote für dich und deine Familie zu finden. Auch wenn es um richtig schwere Themen geht, es bei euch zu Hause vielleicht sogar zu Gewalt kommt. Im IBT wird man dir zuhören und zur Seite stehen. Für die Beratung benötigst du einen Termin. Den kannst du telefonisch, per Kontaktformular, per Mail oder persönlich vereinbaren. Alle Informationen findest du auch im Internet auf www.erziehungsberatung-wiesbaden.de Hallo. Hallo. Schön, dass ich euch besuchen kann. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.